Dortmund-Marten am vergangenen Freitag. Pyrotechnik auf einem Garagendach, dazu antisemitische Parolen. Die rechtsextreme Szene der Stadt machte mobil und zog durch die Straßen. Die Polizei griff nicht ein. Robert Rutkowski beobachtet seit vielen Jahren die rechte Szene in der Stadt und war bei der Demonstration dabei. Was mir sehr früh aufgefallen ist, dass wenig Polizei vor Ort war. Das war für mich eine neue Situation, das kannte ich von vorher nicht. Was ich aber jetzt gesehen habe, wie traurig das ist, haben die an dem Tag tatsächlich gewonnen, also die Nazis. Journalisten seien während der Demonstration angepöbelt und angerempelt worden, so Rutkowski. Er habe die Situation als bedrohlich empfunden, da keine Polizisten in der Nähe gewesen seien, die hätten helfen können. Mittlerweile hat die Polizei Dortmund eingeräumt, dass der Einsatz nicht optimal gelaufen sei. Die Beamten hätten zu sehen sein müssen. Ja, das hat in dem Fall natürlich zu diesen Bildern geführt, dass da teilweise unerträgliche Parolen gegrölt wurden, Pyrotechnik gezündet und die Polizei war nicht ersichtlich. Sie war da, das muss man so deutlich sagen, mit 80 Einsatzkräften, aber man hat sie nicht gesehen. Und wir werden uns fragen müssen, ob das dann natürlich die richtige Entscheidung war. In Dortmund gibt es seit Jahrzehnten eine starke und aktive rechtsradikale Szene. Stadt und Politik haben dieses Problem sehr lange verdrängt. Seit einigen Jahren geht die Polizei verstärkt gegen die Strukturen vor. Die Szene ist aber so etabliert, dass sie sich nicht verdrängen lässt. Immer wieder kommt es zu Demonstrationen und Angriffen. Viele Dortmunder fühlen sich, gerade nach den aktuellen Ereignissen, alleingelassen. Ich meine, die Politik macht überhaupt nichts. Die können alle machen, was sie wollen. Passiert nichts. Wenn ich sowas höre und sehe, das ist furchtbar. Und das sollte man eigentlich immer verbieten. Das ist meine Meinung. Vor allen Dingen, dass die Polizei nicht richtig eingeschritten hat. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung.